Musik 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 Inshallah Beete eine Runde Elf Und wie gefällt dir gern Haut? Erzähl mal ein bisschen. Wir sind Mandeln. Jemen jetzt. Ich bin extra hergekommen. Ich hätte gern eine Packung von den Mandeln. Gebratenen Mandeln. Aber ich gern ein paar Nüsse. Mandeln? Ich hab *** Nüsse gemacht. Mandeln? Hast du noch eine Packung bitte? Hast du sowas nicht? Doch ich liebe Nüsse. Aber? Die sind nicht alle da. Es gibt so Jokohonüsse. Und gefällt es dir hier? Wann waren wir das letzte Mal hier? Vor ein Jahr. Ein Jahr? Schmeckt's? Sehr gut. Okay, also. Freunde, Ladies and Gentlemen, verehrte Zuschauer. Wir sind hier in Gelnhausen am Boxautomaten. Die Canucks sind schon ganz fleißig am draufschlagen. Wir gucken uns das einmal von nahem an. Komm mit. Und zwar habe ich was geiles vor heute. Nadja gegen die ganzen Canucks. Hältst du das aus? Ja. Du schlägst mit denen allen? Ja, okay. Okay, komm. Mach mit. Okay, die sind alle schon mal sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, was die zum Frühstück bekommen. Machen wir es bald, haben wir es bald. Was sagst du? Bist du fit? Ja, aber wer will gegen mich antreten? 20 Schläge. Mal gucken. Also, komm her. 2 Euro, 5 Schläge. 1, 2, 3. Hallo. Hallo. Also, Jungs, wir haben 25 Schläge. Ich suche ein Mädchen, die gegen Nadja antritt. Aber sie wird auch auf jeden Fall gegen euch Jungs schlagen. Okay? Du fängst an. Nadja. Du bist die Erste. Warte, bevor du schlägst. Was ist denn dein Gedanke, bevor du da reinschlägst? Ich denke mir, der ruft Schlag mich. Was? Der ruft Schlag mich. Mach mal. Ich geh wie Rocky Balbo da rein, der ruft Schlag mich. Okay, wir sind gespannt auf Nadjas Offenbach Schlag. Der war sehr schwach. Der war scheiße. Was sagt ihr, war der schwach? Ja. Ja, was sagst du? Geht besser, geht nach oben. Geht besser, ne? Haben wir ein Mädchen, die schlagen möchte? Wie heißt du? Marvin, Bruder. Marvin gegen Nadja. Marvin, wie alt bist du? 16. 16. Woher kommst du? Was sagst du? An was denkst du, wenn du jetzt da reinschlägst? Okay, hau. Oh, sehr, sehr stark. Schau mal her, guck dir das mal an. Ich spiel noch mal. Was sagst du? Hab dich das angemacht? Nein. Nein? Was sagst du? Geht besser. Geht besser? Nadja, willst du noch mal? Ja. Er hat, also wie heißt du? Marvin. Marvin hat schon mal gegen dich gewonnen. Ja. Komm, let's go. Oh, der war ja noch schlechter wie der andere. Oh, du siehst mir sehr gefährlich aus. Wie heißt du? Kevin. Levin, bist du Türk? Kevin. Kevin. Wie komm ich denn auf Levin? Kevin, was ist dein Motto heute? Easy shit. Easy shit, okay, das kennen wir ja schon. Boah. Also, Kevin war stark. Also, da hab ich eine Frage an dich, Kevin. Bist du sehr oft allein zu Haus, dass du so hart schlägst? Nee. Mädchen, komm mal her, Mädchen. Einmal schlagen. Stell dich mal vor. Ich bin Nicole. Nicole, zeig mal, was du drauf hast. Ja, okay. Was nervt dich? Ich war noch nie da dran, aber ich versuch's. Was nervt dich im Leben? Ja. Was nervt dich im Leben? Ja. Ja, mein Stiefvater. Stiefvater, hau ihn um. Ja, okay. Was sagst du? Ja, schlecht. Sehr schwach. Aber für das erste Mal. Was ist dein Motto? Bruder, für heute gibt's kein Motto. Okay, dann sind wir mal sehr gespannt. Dennis! 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 Wer bist du? 18, Bruder. Der war schwach. 18 ist nicht schlecht. Nadja, du darfst noch mal. Let's go! Hey, Applaus, komm. Du hast Nägel. Meinst du, die sind dann Arab? Inshallah nicht. Inshallah? Meinst du, du haust mehr wie Nadja? An was denkst du, bevor du da reinhaut? Tomatensauce. Komm mal! Boah! Was sagst du? Ich hab Angst wegen meiner Hühnersauce. Hau doch mal erst richtig rein. Ja, okay, ja, okay. Komm mal, nimm mal Schwung und so. Dann geh doch mal weg da! Okay, mach mir mal ein bisschen Platz. Scheiße! Geht besser! Also der Rekord ist 998. Meint ihr, das ist echt? Ich hab diesen Rekord gemacht. Ehrlich? Dann zeig mal, komm mal her. Ey, ey, ey. Er hat den Rekord. Er hat 998, sagt er. Ja, so schnell ist er weg. Ich darf auch mal. Was? Nein. Ich will auch mal einen mal hauen. Geht 40! Geht 40! Geht 40! Geht 40! Boah, der war ja sehr schwach. Da waren ja Jugendliche, die haben mehr weggehauen. Nein, komm, da geht viel mehr. Warte mal. Was ist das? Ich schau viel fester. Ich muss einmal so 970, dann bin ich zufrieden. Möchte noch mal jemand? Ja, ja, warte, warte. Warte, lass ihn zuerst. Stell dich mal vor. Ich bin der Tim. Tim! Also ich sag euch so, das war mal meine Zeit. Der war echt stark. Ja, geht besser. Ja, schreit! Bist du Boxer? Nein. Aber ich bin der Barwomme. Boah! Applaus für ihn. Ein Applaus. Also ich habe hier jemanden, das ist sehr interessant. Der ist maskiert und sagt, ich hau mehr als alle. Komm mal her. Warte mal. Er sagt, er haut mehr als alle. Ninja Turtle. Wer bist du? Zeig dich. Er hat sehr festgehauen, aber es ist viel weniger. Ey, das sind drei Schläge. Die mache ich jetzt und dann gehe ich. Mach es, Bruder. Boah, böse, böse, böse. Auf jeden Fall sehr stramm, Jungs. Sehr stramm, sehr stramm. Sehr stramm, Bruder. Was sagst du das? Der Schlag, 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 ist... Ein Wäschbiss, Bruder. Das war der härteste Schlag heute. Applaus. Sau stabile Jungs. Die waren echt alle gut. Danke, dass ihr dabei wart. Cut. Baba. Scheiße, Leute. Was sagst du? Schwache Leistung? Schweber. Wunder. Schwein. So schwer, Alter. So schwer, Alter. Scheiße. Leute, wir sind jetzt hier bei Cheffe 7. Kommt hier vorbei. Gernhausen. Erzähl mal was. Die Gefälle haben dir. Ganz gut. Ja. Die haben wir auf jeden Fall Gernhäuser. Ja. Das ist Müll. Er macht immer Bego live. Also meine ID ist, sagst du hallo, ich hab eine eigene Agentur, die heißt Kat Kühn. Kommt alle vorbei. Mach euch alle viral. Nimmst du mich entweder auf oder nimmst du woanders auf? Nehmen wir von neu. Cut. Meine ID ist, sagst du hallo, auf jeden Fall, ich hab eine eigene Agentur, die heißt Kat Kühn. Kommt alle vorbei. Kommt alle bei mir in die Agentur vorbei. Kannst du den bitte aufnehmen? Auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, kommt alle bei mir in die Agentur vorbei. Live. Sagst du hallo? Kleine. Manche Tränen waren. Sagst du hallo? Meine Agentur heißt Pat Kühn. Ich hab gar kein Wort mehr, Chef. Ich weiß nicht, ob ihr euch an ihn erinnert. Ich blende euch mal eine kurze Szene ein, wo er mit Kohle abgeworfen wurde. Ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ich hab dich produziert. Vergekämpft. Ver verloren. Vergekämpft. Ver verloren. Vergekämpft. Ver verloren. Warte mal. Jawohl, Cola. Farouk. Applaus. Maros! Maros! Ich bin stolz! Was feierst du übrigens? Was feierst du an diesen Marokkanern? Das Marokkaner? Ja gut, dann nett. Du machst Armdrücken? Nein, das ist gerade. Nein, das ist nicht gerade. Drei, zwei, eins, go! Wie geht's Ihnen heute? Gut, sehr gut. Wie gefällt Ihnen diese Bar? Sehr gut, auch gut. Was machen Sie so abends den ganzen Tag? So wie du. Kennt ihr das, Leute, wenn Jungs gegen Mädels Armdrücken machen? Die lassen die Mädels so immer gewinnen. Guck mal jetzt, was ich mache. Das war's. Es gibt einen Tag, der einen Tag aufzuziehen. Aber das war gut. Let's go! Let's go! Keep, 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 keep! I'm gonna do it! Take this! Go! 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 I'm gonna do it! I'm gonna do it! You can do it! You can do it! I'm gonna do it! Ich fahre! Die sich eins, zwei, drei. Zwei, drei. Wo ist die Alpane, Digga? Drei, drei, vier, eins, zwei, drei. Heleuen zu, Heleuen zu, Heleuen zu! Heleuen zu, Heleuen zu! Amen zu! Jesus, ja nicht! JÜVHAL- PUSI DIEH BÄÄN DiGE!